Damit kommen wir zur Berechnung nach Theorie zweiter Ordnung. Den Begriff haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Man könnte sagen, das ist so ein bisschen nicht linear, aber eben nicht so ganz komplett, wie wir das im Abschnitt vorher gemacht haben. Die Theorie zweiter Ordnung bildet auch die Grundlage für die Stabilitätsanalyse, die wir uns gleich angucken werden. Und ab und zu mal trifft man in diesem Zusammenhang auch den Begriff P-Delta-Effekt. P ist die Last, Delta die Verformung, also die Zusammenwirkung von Last und Verformung auf das Tragverhalten. Wenn Sie das genauer nachlesen wollen, habe ich eine Literatur angehängt, wo das ausführlich erläutert ist. Gucken wir uns an, wie das funktioniert. Hier dargestellt der Fachwerkstab unverformt in schwarz, verformt in orange. Und ein paar Dinge kennen Sie ja schon aus der linearen Berechnung. Also wir haben hier die Projektion der Verschiebung auf die Stabachse unverformt. U1-Schlange, U2-Schlange. Und wir nehmen jetzt noch mit die Projektion der Verschiebung auf die Richtung quer zur Stabachse, dieses D-Quer. Das ist dann V1-Schlange, V2-Schlange. Die Idee ist jetzt zu sagen, ich nehme diesen Anteil in der Normalkraft quer zur unverformten Stabachse mit. Nicht ganz genau, also immer noch näherungsweise, aber wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Wenn Sie das wirklich verstehen wollen, müssen Sie das Schritt für Schritt selber nachvollziehen. Eingeführt einmal kennen Sie schon aus dem linearen Teil der Richtungsvektor D, Länge 1, Cosinus, Sinus. Und das zusammengesetzt zu dem Transformationsvektor T, Minus D und D. Das ist der erste Teil, kennen Sie aus der linearen Analyse. Dazu kommt jetzt der normalen Vektor D quer. D, Vektor D, wenn Sie den um 90 Grad drehen, dann tauschen Sie die Komponenten und wechseln für eine Komponente das Vorzeichen hier für die erste. So ist es dann eine Drehung im mathematisch positiven Sinn 90 Grad. Minus, Sinus, Cosinus. Das auch wieder kombiniert in dem Transformationsvektor T quer. Da steht jetzt eben hier Sinus, Minus, Cosinus, Minus, Sinus, Cosinus drin. Damit dann hergegangen die Stabendkräfte P1, P2 zerlegt in die beiden Richtungen. Also Stabachse Richtung in, na, da oben, die verformte Stabachse und jetzt zerlegt man die Kraft eben in die beiden Komponenten. So und dann noch quer dazu. Das ist der Teil in Stabrichtung und das ist der Teil quer dazu. Wir verwenden dann Näherungen für die Winkelbeziehungen, weil wir davon ausgehen, dass dieses Beta immer noch klein ist. Dann ist es vernünftig zu sagen, der Cosinus von Beta ist 1 und der Sinus von Beta, da können wir einsetzen aus diesem Dreieck. Andere Farbe. Wir brauchen den Sinus von Beta, also eigentlich die Länge zu der Länge. Aber weil wir sagen, die Verformungen sind klein, ist der Fehler nicht allzu groß, wenn wir das eben beziehen auf diese Länge hier. Also diese beiden Näherungen stecken da drin. Und wir verwenden nach wie vor die Normalkraft aus der Projektion der Verschiebung auf die Stabachse, so wie im linearen Fall auch. Das hier bleibt gleich. Also U2-Schlange minus U1-Schlange, die Verschiebungsdifferenzen durch L. Und da haben wir ja schon gesehen, das bekomme ich genau raus, wenn ich das Skalarprodukt nehme, T multipliziert mit dem Vektor, wo alle vier Verschiebungen drin stecken. Dann kann ich mir überlegen, die Verschiebungsdifferenz, hier unten steht es ja auch nochmal, das ist genau das, was wir da eingesetzt haben. Das Ganze funktioniert aber auch für die Querrichtung. Dann eben mit dem Transformationsvektor T-Schlange. Und das nehmen wir jetzt alles zusammen, können aufschreiben, den Teil linear in Richtung des Stabes und dann eben quer dazu dieser Teil. Und das nochmal zusammengefasst in eine Vektorschreibweise. Und dann haben wir hier stehen, dieser gesamte Vektor der Stabendkräfte, Groß P, ein Anteil in axialer Richtung, ein Anteil quer dazu. Und wenn man sich dann nochmal überlegt, dass man das, das hier ist ein Skalarprodukt. Skalarprodukt, Skalarprodukt als Zahl mal ein Vektor kann man auch so umstellen, dass hier steht, T, T-transponierte mal U. Und T, T-transponierte heißt ja Spaltenvektor mal Zeilenvektor. Und wenn Sie jetzt das bekannte Schema Zeilen mal Spalte anwenden, kommt da eben eine quadratische Matrix raus. Das nennt man auch ein dyadisches Produkt. So, das also zusammengefasst haben wir da stehen in der Theorie zweiten Ordnung die Stabendkräfte als ein Matrixvektorprodukt, lineare Steifigkeitsmatrix, dann die Matrix S, die dazukommt, zusammenaddiert, multipliziert mit dem Verschiebungsvektor U. Und diese Matrix S heißt Spannungsversteifungsmatrix. Auf Englisch finde ich ein bisschen besser Stress-Stiffening-Matrix. Ja, also hier nochmal ausgeschrieben, wenn ich dieses T-Quer-T-transponierte ausrechne, bekomme ich auch wieder eine Matrix, in der Sinus und Cosinus drin steht und das Ganze eben jetzt noch multipliziert mit der Normalkraft geteilt durch die ursprüngliche Länge. Das erfasst jetzt näherungsweise, muss man sagen, den Einfluss der Verformung auf die Stabendkräfte. Das Ganze hängt von der Normalkraft ab. Hier steht die Normalkraft. In der Normalkraft steckt die Verschiebung. Also ist es eigentlich ein nicht-linearer Zusammenhang, aber wenn wir das N vorgeben und das macht das Ganze halt immer noch relativ einfach handhabbar, dann ist das nach wie vor eine lineare Beziehung. Aber denken Sie dran, in dem S steckt das U mit drin, also müsste man streng genommen sagen, S ist abhängig von U. Aber das in dem Rechenablauf, zeige ich Ihnen gleich, wie das funktioniert, macht man sich das zunutze, dass das eben für vorgegebenes N linear ist. So, wie ergibt sich jetzt daraus der Berechnungsablauf Theorie zweite Ordnung? Wenn wir diese Matrizen wieder zu den globalen Matrizen zusammenbauen, wie Sie das ja aus der linearen Theorie, da hatte ich versucht, das zu erklären, kennen, dann haben wir auf Systemebene wieder ein LGS. K plus S, also jetzt hier so eine gesamte Matrix, also Theorie zweite Ordnung, multipliziert mit dem globalen Verschiebungsvektor U-Dach, soll gleich sein, globaler Lastvektor, F-Dach. Das Ganze ist jetzt nicht linear, weil S-Dach von den Verschiebungen abhängt, aber im Gegensatz zu der wirklich nicht linearen Theorie ist das jetzt eine schwächere Form der Nicht-Linearität, weil man eben nach wie vor, wenn man es runterbricht, an der Stelle ein LGS stehen hat. Wie läuft jetzt die Berechnung ab? Erster Schritt, eine lineare Berechnung, wie wir das besprochen haben. Dann rechnen Sie für jeden Stab auf Grundlage der linearen Berechnung Normalkraft aus, können dann für jeden Stab die Spannungsversteifung, Spannungs, das ist so ein blödes Wort, Spannungsversteifungsmatrix ausrechnen, bauen das zu der globalen Spannungsversteifungsmatrix S-Dach zusammen und lösen dann das LGS, das sich da ergibt. Das geht für kleine Systeme sogar auch noch in der Handrechnung. Je nachdem, wie man das macht, gibt es auch die Möglichkeit, oder ist es erforderlich, hängt auch ein bisschen von dem System dann ab, dass man die Schritte 2 bis 4 so lange wiederholt, dass man dann hier also zurückgeht, auf Grundlage der neuen Verformung wieder neue Normalkräfte berechnet und das wiederholt macht, das läuft dann manchmal unter dem Begriff PK-Iteration. Das ist so eine andere Art, nicht-lineare Gleichungssysteme zu lösen, die funktioniert, wenn man diese Form der Nicht-Linearität hat. So, das also der Berechnungsablauf nach Theorie zweiter Ordnung. Wie sieht es jetzt aus für unser Beispiel mit der Fachwerkstütze? Hatte ich ja gerade eben schon erklärt, wie das aussieht. Wenn man da jetzt mit diesem Berechnungsverfahren drauf losgeht, sieht man ein Last-Verformungs-Diagramm, das eine andere Charakteristik hat, als bei der wirklich richtig nicht-linearen Berechnung. Was wir zunächst sehen, ist, das Lastniveau, das vorgegeben ist, wird gar nicht erreicht. Der Lastfaktor hier 0,9 und die Verformung werden, Sie sehen es hier ab etwa dem Lastfaktor 0,7 größer. Und dann wandert es hier immer weiter nach rechts. Und wenn Sie die Zahlen da unten lesen, 40 Meter, das ist auch absurd groß. Also Last-Verformungs-Diagramm-Theorie zweiter Ordnung. Wenn man da sich irgendeiner Art kritischem Lastniveau nähert, könnte man sich ja mal überlegen hier, dann werden die Verformungen viel zu groß. und das sieht man auch noch mal, wenn man sich jetzt die Deformation dazu anguckt, die macht nämlich bei diesem Lastniveau nahe an dieser Lastgrenze einfach gar keinen Sinn mehr. Sie sehen, hier wandert es horizontal nach rechts. Die Knoten bewegen sich nicht wirklich nach unten. Das liegt daran, dass wir die Normalkraft nach wie vor aus der Projektion der Verschiebungen berechnen. Da schlagen dann sozusagen zu die Vereinfachungen, die wir getroffen haben in der Herleitung des Fachwerkstabs-Theorie zweiter Ordnung. Also das ist bei dem hohen Lastniveau absolut nicht plausibel, was man da an Verformungen rausbekommt. Aber man muss natürlich auch sagen, eine Verformung von 40 Metern in horizontaler Richtung im Bauwesen ist das keine Größe, für die man sich noch interessiert. Das Ganze wird jetzt auch noch mal klarer, wenn man das Lastverformungsdiagramm mit der nicht-linearen Berechnung vergleicht. Dann sieht man nämlich, solange die Verformungen nicht so groß sind in dem Bereich, oder ich muss es eigentlich sagen, in dem... Also das Ding macht irgendwie nicht das, was man von ihm will. Dieses Reinmalen in die Folien. Also in diesem ganzen Bereich ist das eigentlich eine sehr gute Übereinstimmung zwischen der genaueren nicht-linearen Theorie und der Theorie zweiter Ordnung. Und das Ganze wird dann eben schlecht, sobald die Verformungen deutlich größer werden. Aber das muss man ja auch sagen, das ist ein Bereich, für den interessiert man sich in der normalen Baustatik einfach überhaupt nicht mehr. Jetzt kann man sich noch mal ein bisschen reinzoomen in den Bereich. Also jetzt nur noch Verformungen, Lastfaktor, der zu einer Verformung von 2 Metern führt. Und dann sehen Sie, dass das wirklich sehr, sehr ordentlich übereinstimmt. Also man muss sich hier schon ziemlich reinzoomen. Klappt nicht. Egal. Ziemlich nah reingucken, dass man da den Unterschied sieht. Also Theorie zweiter Ordnung, solange die Verformungen moderat sind, eine sehr vernünftige Näherung und ein guter Ersatz für die kompliziertere und aufwendiger zu berechnende nicht-lineare Theorie.